einen wunderschönen guten tag meine damen und herren willkommen zur neuen folge let's play minecraft mit euren hiroki hier werden wir wieder verlieren wir spielen die runde quakecraft oder wie ich es früher genannt habe quakecraft ähm wir versuchen unser bestes hier ich habe den motion seit wie gesagt seit der ewigkeit nicht mehr gespielt aber wir füllen schon mit zwei punkten da ist das schön bleibt ich bitte stehen und ich habe den guru wie sagt es aber nur eine ganz schnelle runde hier weil ich das gerne mal spielen will okay wir haben ein da sie jetzt meine nachladezeit heißt wir könnten drauf vor und da kommt kein schuss weil wie gesagt es muss nachladen haben wir nicht getroffen war ein bisschen blöd klar ich habe vorher geschossen na ich glaube auf 25 punkten ist das spiel zu ende da fällt einem mit diamanten ob der sieht er das ist verschwunden wieder weg und das wird verschwinden einfach vor ein den haben wir mitgenommen in den tod ich sterbe ja heute nicht alleine dann habe ich auch mitgenommen ne oh gott ich habe ein bisschen panik hier jeder wenn man seine waffen aufbessert dann kann man halt mehr 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 öhm aufeinander schießen ne und ist das play to win nein das ist nicht das schlechteste aber ich muss wo war wurde schon wieder ich kann das gar nicht so richtig mit dass ich die ganze zeit sterbe na gut ich krieg das nicht mit ist ist schon falsch ich krieg das ja schon mit dass ich sterbe aber man sagt nicht mal durch das ist ein echt schöner screenshot für die welt ok bin zurecht gestorben jetzt kann man gleich in stelle alter der gesatz zum schluss ab ja wir wollen noch mal spielen und dann mal gucken wie viele points wir kriegen hat ich glaube ich verlassen verarsch bin ich kommt mal daher hier hey ich bin der spiel der wurde abgebrochen ja komm wir sind zwei von acht drei von acht drei von acht okay vier von acht wir werden immer mehr solange kann man ja ein bisschen hier rumlaufen obwohl das mit dem screenshot sieht schön aus mit dem eis mit nur vier spielern wäre ausschillig ich glaube man kann mit vier spielern spielen nicht weil wir auch ein bisschen warten müssen fünf sogar wir werden egal spieler so schilliger ist es vielleicht brauchen wir auch nur vier damit funktioniert okay es geht los da ist der schnell alter was schießt ihr so schnell also so gute reflexe also spielst du den ganzen tag oder was also so Oh, wir führen. Ich will es mir jetzt nicht gerade kaputt machen. Jetzt zu gewinnen wäre echt nice. Ja, komm, hat die irgendwie gar kein Dings oder was. Okay. Und wo dann jetzt schon wieder? Den haben wir hier gegeben. Ah, fuck. Ey, bitte bleibst du stehen. Oh, ich block an den Stein. War nicht so schön. Oh, kommt da jemand von oben. Seid ihr von den Classics-Mode übrigens hier in diesem Hypixel-Server? Fuck. Och, nee. Egal, wann es weiter. Machen wir nochmal eine dritte Runde. Muss sein. Dann haben wir gleich drei verschiedene Maps hinter uns und... Dürfte reichen für eine Folge, ne? Drei von acht, vier von acht. Alles super. Vier von acht reicht ein Vollkommenes Spiel zu starten. Das wäre echt nice, für vier zu sein. Ich glaube, wir können ja ein bisschen hier rumrennen. Hm, 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 hm. Ha, ein Hierroki, der Minecraft-Pro. Aber Kraken braucht keinen PvP-Skill. Das ist ziemlich nice. Und deswegen mag ich den Modus ja auch so. Und ich weiß, dass Minecraft nicht so gut ankommt auf meinem Channel, aber ich mache es trotzdem, weil... Uh, ich ein bisschen Fun drin habe. Konzentration! Sponkel! Meinst du mal gut? Okay. No! No! Hat sie ja versteckt, habe ich gesehen. Uh! Oh, ich dachte schon, ich hab richtig viel krass Skill jetzt. Aber Skill wär auch zu schön. Here right now. Ich verbringe viel, viel, viel zu viel Zeit, die Spieler zu suchen. Oh, okay. Sehr froh, dass sie eine geile Waffe hat. Die ganze Zeit, Leute. Was ist das? Nee, jetzt will ich nochmal spielen. Das war's. Ich guck mal kurz, wie lang das geht. Warte mal. Ja, wir haben über 10 Minuten geschafft. Done. Ja, ihr seht, ich hab kein Optifine. Da sehe ich mal einen Cape nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Tschüss ihr dreien. Euer Hiroki. Adios. Das war's.